Setzt sich durch und dann ist auf einmal Daniel Pieter ganz frei und trifft gegen seinen Ex-Klub. Pieter mit dem 2 zu 1. Danach geht's heiß her. Pieter sendet einige Signale Richtung Krefelder Bank. Ganz klarer Jubel nach dem Spiel. Pieter weiß es auch, da ist ganz viel geredet worden und er sagt, bitte still sein.